Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ember Moon. Der eine oder andere würde wahrscheinlich jetzt denken, okay, sie hat endlich gemerkt, dass sie am falschen Ort gesucht hat. Ich weiß nicht, ich glaube wegen der veränderten Musik hatte ich irgendwie gedacht, dort wäre der Hafenspieler. Aber der Hafenspieler ist in seinem eigenen Haus. Frag mich nicht, wie ich da aufs falsche Pferd geraten bin. Jedenfalls habe ich ihn jetzt gefunden und wir werden ihm jetzt mal die 10.000 Gold an den Kopf werfen und uns eine Harfe kaufen. So, ähm, wie ging das nochmal? Ich glaube, wenn wir ihm 10.000 geben, ach, das muss man ja zuerst mal auf einem Charakter haben. Das Problem hatten wir schon mal. Ach, du grüne Neuner. Egal, kriegen wir hin. So, äh, ich habe Valdins Cape von Valdin identifizieren lassen und es hat nicht nur die 10 Rüstungsschutz, sondern hat auch noch Schwimmen und 15, Schnelligkeit 10 und MBR 1, was auch immer das ist. Aber allein wie in der Schnelligkeit 10 darf er das auf jeden Fall anhaben und muss nicht das Mitrilhemd anziehen. So, und jetzt beginnen wir mit ganz viel Tetris. Oh, Gott, im Himmel. Da, Nelvin hat noch 5 Kilo. Oh. Ganz ruhig. Wir gehen dann doch nochmal aus dem Hafnerhaus raus, wenn ich den Ausgang finde. Dann gehen wir nochmal zu Pelanis Bude. Dort haben wir eine Kiste, wo wir Zeug deponieren können. Und dann werden wir dort einiges deponieren und dann schauen, dass wir mit 10.000 Gold auf einer Person dort rausgehen. Und dann später unser Zeug wieder einsammeln. Eieieieieiei. So, na, Vogel, gehen wir auf den Weg. So, hier war die Truhe. Anschauen. So, wir werden dort jetzt diverse Dinge einlagern. Und zwar... Fangen wir mit Nelvin an. Legen wir das da ab. Vorher... Na, legen wir auch die 20 Schleudersteine da rein. So, ihr trägt aktuell 365 Gold. Spruchpunkte 5. Ja, die Schleuder können wir auf jeden Fall da lassen. Das ist ein normaler Schleuder. Die Fackeln benutzen wir in letzter Zeit eigentlich auch nicht mehr. So, wie viel Gold könntest du jetzt nehmen? Wow, 3.000. Ich glaube, er ist noch nicht mal stark genug, um... Achso, die Schnelligkeitstrünke hatte ich eigentlich schon verteilt. Und dann hatte ich noch mal neu geladen. Da hatte ich einen Nelvin gegeben. Und einen Ege gegeben. So, die Zwergenschleuder kannst du auch mal reinlegen. Ja, das Stab kann mal da rein. Die 15 Seil sind wahrscheinlich schwer. Und dann hat er jetzt 6.999 Gold. Dann machen wir noch die Feuersteine weg. Und die 5 Spruchpunkte weg. Das hat nicht wirklich was gebracht. Kann er überhaupt 10.000 tragen? Wir machen den mal komplett leer. Also die Spruchrolle sollte nicht das Problem sein. Und seine Sphäre der Öffnung, 150 Gramm, sollte auch nicht das Problem sein. Ich liebe es. Okay, wir nehmen den stärksten Charakter. 55, 18, 42, 67. Baldin. Achso. Ganz konzentriert. Ganz konzentriert. Wir legen natürlich zuerst mal Nelvins Geld nochmal zurück. Ich habe nicht dran gedacht, sonst hätte ich das vor der Folge schon vorbereitet. Das wäre ja bei dieser Art von Einkäufen zuerst mal das Inventar leer haben müssen. So, jetzt gib mal alles an Nelvin. Ich glaube, wir haben viel zu viel Seil dabei. Ich glaube, die 27 Identifikationsschriftrollen können wir eh, glaube ich, mal da lassen. Denn mir war es ja nicht gelungen, die zu verwenden. Kann auch an mir gelegen haben. So, jetzt ist jeder voll. Dann mach bitte den Rest vom Zeugs noch in die Truhe. Und dann schaffst du hoffentlich 10.000 Gold. Er hat immerhin schon fast 4.000. So. Dann pack mal einen. Halleluja. Halleluja. Okay, wir haben da jetzt ganz viel Zeugs drin, was nicht alles dort bleiben darf, denke ich mal. Aber wir können uns jetzt so eine verdammte Harfe kaufen und die Harfe ist hoffentlich leichter als 10.000 Gold. Ich gehe davon aus, dass man die Harfe für irgendwas wird haben müssen. Wenn nicht, wird sie wieder mit Verlusten in Gold umgesetzt. So, wo ist jetzt Matthias? Matthias, du machst mich warnen, nicht? Du bist Matthias, ne? Okay. Waldin, du kannst den hoffentlich Gold geben. Gib dem mal bitte 10.000 Gold. Ähm, ja. Weil so hatten wir schon mal irgendwas gekauft. Ah, genau diesen, unseren Feindradar, den hatten wir auf die Art und Weise mal von der Dame in Spannenberg gekauft. Da war es ja auch ein Drama. So, hier habt ihr eins der edlen Instrumente. Benutzt es auf euren Reisen und es wird euch nie an erquickender Musik fehlen. Ja, hoffentlich kann das Ding mehr als nur Musik. So, das hätten wir geregelt. Ein Träumchen. So. Äh, der Ausgang war da. So, weil als nächstes, wenn wir jetzt nochmal so grob unser Zeug eingesammelt haben, würde ich gerne mal Craven besuchen gehen. Unseren alten Paladin aus Emberstar. Ich bin mal gespannt, ob er noch mit mir reden möchte. Weil ich in Emberstar so viel immer mit ihm geschimpft habe. Mit der Arme. So. Wir nehmen so ein Hörnchen mit. Wir nehmen das Zwergenschleuder mit. Das Mitrilhemd. Die Spruchpunkte. Die Pfeile auf jeden Fall. Einen Bogen zu den Pfeilen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Galas Stab sollten wir auch nicht verkommen lassen. Von den Feuersteinlingern nehmen wir auch mal drei Stück mit. Die Pfeile kommen noch mit. So, Horn haben wir eins eingepackt. Die Allheilungsviol nehmen wir mit. Dietriche haben wir Selina für. Wir nehmen noch ein paar Seile mit. Gold, weil wir auch noch nicht wissen, was das soll. Ja, wir haben immer noch so eine Laterne oder irgendwas. Gold. So. Wir sind gerüstet für den Flug zu Graben. Vor allen Dingen müssen wir jetzt zuerst mal unseren Adler testen. Das kommt jetzt mal zuerst. Und mit dem Adler können wir dann auch mal über Felsen fliegen. So, wer trägt die Adlerpfeife? Den Schlangenhelm können wir auch mal noch irgendwo loswerden. Er war ja verflucht. Oh, wir haben immer noch Kampf-Äxte. Äh, könnten wir hier noch was verkaufen? Bevor ich die jetzt ewig mit mir rumtrage. Hier gab's einen Waffenhändler. Der hoffentlich Kampf-Äxte kauft. Machen wir mal Gegenstand zu Gold. Und tauen wir noch die beiden Kampf-Äxte weg. So, wir sind reich ohne Ende. Und haben da. Er hat die Flöte. Sehr schön. Dann machen wir mal raus hier. Sorry für das Chaos. Ich hab das mit dem Geld, dass das auf einer Person sein muss, verdrängt. Aus grünen Dünnen. So, Flöte. Melvin plays auf der Flöte und ein hoher, klarer Ton entsteht. Nach kurzer Zeit erscheint ein majestätischer Riesen-Adler und fliegt auf euch zu. Ha, wir haben wieder einen Adler. Sehr schön. So, kurz mal Karte in den Vordergrund nehmen. Ja, God's Bane ist ziemlich direkt nördlich von uns. So, Fenster hat wieder Fokus. Dann, ah, über Gebäude kommen wir auch noch nicht drüber. Ah, Spiel, an was überlegst du gerade? Spiel. Nö. Nein. Okay, gib mir drei Sekunden. Ich mach alles wieder heile. So, das Spiel hat uns ja verlassen. Warum, kann ich euch nicht sagen. Ist zum Glück seitdem nicht mehr passiert. Ich hab Dinge getan. Ich hab unser Vermögen nochmal rumgeschifftet. Das meiste Gold liegt jetzt in Opas Keller. Wir haben in einer Kiste mehr als 37.000 Gold. Mehr passt da auch nicht rein. Und ich hab dort nochmal Gegenstände abgelegt. Unseren verfluchten Helm und solche Dinge, die wir garantiert nicht brauchen werden. Ich hab mir noch neue Sprüche beigebracht. Und zwar hab ich im Turm der Alchemisten noch den magischen Angriff gefunden. Das ist die, ja, Version 2 von der magischen Waffe. Die sollte dann auch schon nochmal länger halten. Für magisches Schild hab ich jetzt noch nichts besseres irgendwo gefunden. So, und dann bin ich nochmal zur Feste God's Bane geflogen. Hier ist alles eher ein bisschen unwirklich sumpfig. Und ja, in den Bergen drin ist eine Festung. Und dort soll ja unser guter Kamerad Kraben schlafen. Dann schauen wir mal, ob wir das Dornröschen wach machen können. So, die Feste God's Bane. Äh, ich hab keine Ahnung, ob es hier Kämpfe gibt. Wir buffen mal. So, ein Schild. Dann den neuen magischen Angriff. Ja, der hält jetzt schon mal länger. Und die magische Sphäre. So, und dann... Achso, und Waldens Karte bitte noch. Zack. So. Da müssen wir nicht so viel selbst suchen. Die Kreuzung, da riecht nach Spinner. Ja. Ja. Ach du Kacke. Okay, richtig friedlich wird's hier nicht abgehen. Ach, und man sieht jetzt auch den Spinner. Was ist mir... Doch, das war vorher auch schon so. Egal. Eigentlich wollte ich Abendessen, aber dann wollte ich dann auch noch die Folge zu Ende machen. Also, ähm, jetzt keine geistigen Meisterleistungen erwarten. Ich hab ne Mumie gesehen. Ähm, ah, nee, kann auch ein Golem gewesen sein. Okay. Alles wird gut. Wachgolem. Ich glaub, Wachgolem als solches hatten wir, glaub ich, noch nicht. Nur Stein und Marmor, glaub ich, und was auch immer. Oh, da hatten wir ja schon mal Wachgolems. Genau, das weiß man nicht. Wir schauen mal, wie viel das Vieh da austeilt. Und wie viel es austeilt. Na, Erdbeben. Nicht so die feinenglische Art, aber kommen wir mit klar. Zumal wir immer mehr reflektieren. Sehr schön. So, dann könnte der da hinten mal rankommen. Und dann könnte ich auch was tun. Na, er kommt dann auch mal ran. Er traut sich. Hat wahrscheinlich keinen Mana mehr. So, dann mach den bitte tot, damit wir bereit sind für den nächsten. Jopp, der ist tot. Sehr schön, der nächste präsentiert sich direkt schon. So, dann möchte ich mit Nelvin probieren, was die so zum Thema Eis sagen. Falls es mehr werden sollte in einem Kampf, könnte uns das den Hintern retten, wenn wir das wissen. Ob Eis überhaupt sinnvoll wäre. So, Eisballen. Jupp, hat geziebt. Geht. Sehr schön. Dann sollte nämlich auch unser Eisschauer und die ganzen Geschichten dann auch funktionieren. Theoretisch. Was das Spiel in der Praxis dazu meint, werden wir vielleicht noch ausfinden. So, dann noch eine Runde. Ah, Nelvin habe ich nicht eingeteilt, war aber auch nicht wichtig. So. Nelvin Level 32, Walden Level 27. Wir sind ganz schön auseinander von den Leveln her. Da warten noch weitere Golems. Sehnsüchtig auf unsere Aufmerksamkeit. Und ich will so erst mal vom Spinner runter. Nee, in die Richtung wollen wir garantiert nicht. Dieses Spiel. Spiel, ich mag dich, aber deine Spinner sind echt kacke. Echt kacke. So, nach Norden wäre eine Option. Wir haben es geschafft. So, Craven, wo schläfst du? Und was hat es mit den ganzen Golems hier auf sich? Ein Hebel. Ziehen. Ja, ist jetzt nach rechts. Erinnert verdammt an Sansris Tempel. Das sind keine schönen Erinnerungen. Immerhin haben wir die Dame schnell ins Jinsatz geschickt. Dann schauen wir mal, dass wir hier geradeaus drüber kommen. Rückwärts. So, im Krebsgang rückwärts. Sehr schön. Hat funzt. Wir gehen weiter. Und der Nächste. Ja. War so klar. Okay, dann möchte ich mal rückwärts gucken, ob dort auch nochmal was ist. Ja. Da ist eine Kerze. Aber sonst scheinbar nichts. Was sagt Walden dazu? Walden sagt nix. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es nochmal ein richtiger Dungeon ist. Ich dachte, da kommt jetzt einfach nur so ein bisschen Event. Wir sehen Craven wieder. Wir sehen Craven wieder. Alter Kollege. Und... Ja, weil das ist noch ein Dungeon wird. War jetzt für mich zumindest überraschend. Und dann nochmal raus. Und dann noch mal raus. Das sieht schon fast professionell aus. So, da haben wir wieder eine Sackgasse. Dann gehen wir da. Und finden einen Freund. Ach, ein einzelner Golem. Ach, ist er nicht süß? Komm, dich holen wir schnell aus den Latschen. So, der arme Kleine hat einen Anschluss an seine Freunde verloren. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, was wir dann nachmachen werden. Und das einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, zu diesem roten Auge von Tarbos zu gehen. Und dort mal nach der Tarbos-Bruderschaft zu schauen. Wir haben ja diesen Schlaftrunk da gebraut mit ganz vielen Zutaten. Und das sollte ein ganz wichtiger Trank sein. So viel, wie man dafür tun musste. Und wir sollen ja im Auftrag von Baron Karsten aus New Lake, sollen wir ja schauen, was mit der Bruderschaft nicht stimmt. Irgendwas scheint da wohl nicht so ganz normal zu sein. Und da sollen wir ja recherchieren. Und irgendwelche Dämonen wird es da wahrscheinlich geben, die wir in Schlaf versetzen müssen. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. So, ich bin Stufe 38. Und wir schauen auf die Karte. Und hier ist mal wieder nichts. So, hier... Ja, hier würde ich jetzt sagen, da wäre noch Platz. Aber da, weil denen nichts zeigt, brauchen wir da wohl nichts zu kuscheln. So, da war, glaube ich, auch eine Sackgasse. Also nochmal hier so, da so hin. Alles klar. Wieder schönes Spinnack-Tüdel. Oh mein Gott. Auf da. Und wir wollen rückwärts zum nächsten. Zack. Einmal durch die Gegend geschleudert. So, und wir gehen... Da hatten wir den Schalter gefunden, ne? Ich mein mal. Gehen wir da lang. Lassen wir uns noch einmal drehen. Und gehen dann da zu den beiden wartenden Punkten. Wobei wir da vorher nochmal Essen zaubern. Ich weiß, das war schon mal schief gegangen. Aber besser jetzt als später. Wir warten acht Stunden auf dem Spinner. Und schlafe eine Runde auf dem Spinner. So, dann ist Nervins Manner nämlich voll. Und dann fühle ich mich auch wohler. Und bereit, wem auch immer entgegenzutreten. So, rückwärts. Und dann schauen wir mal, was da an roten Punkten so auf uns wartet. Ja, Radar schlägt an. Hi. Och, wieder einer. Wieso mache ich mir Sorgen? So, töten. Haha, er hat Beben beslungen. Das können wir besser. Aber hier kann man eigentlich nicht wirklich früher hin, weil wir sind über Berge geflogen. Ich habe auch keinen anderen Zugang gesehen. Also wir sind jetzt nicht irgendwie overpowered für den Darmischen an sich. Naja. Muss ja nicht immer total schwer sein. Kann ja auch mal einfach sein. Bei Lebenspunkten hat er schon einige. Aber er schlägt halt auch nur einmal zu. Das ist nicht wirklich besorgniserregend. So, 200 Erfahrungspunkte wieder. Und ja, wir schauen, was er in seiner Ecke da bewacht hat. Aber klar, ja, da war noch einer. Ja, das ist wirklich nur einer. So, umhauen. Irgendwas ist zerbrochen. Und da habe ich mich da gerade versehen. Zumindest nichts von uns. Oh, wir werden es sehen, wenn wir looten. Ah, müssen wir im Auge behalten. Also ich habe jetzt nur nach Rüstung und Waffen geguckt. Aber wir hatten noch nie, dass Schmuck oder irgendwas zerbrochen ist. Kann auch sein, dass ich mich jetzt da total verlesen habe. Das kann auch sein, weil ich habe nämlich Hunger. So, komm, spiel, mach es nicht so spannend. Nö, kein Loot. Dann ist auch nichts kaputt gegangen. Okay. Und was habt ihr hier bewacht? Oh, unsere Buffs sind ausgelaufen. Achso, weil wir auch geschlafen hatten und ich nicht mehr gebufft hatte. Ähm, ja. Professionelles Gameplay. Seht ihr auf einem anderen Kanal? Bei mir heute nicht mehr. Oh, mein virtuelles Ich ist gerade mit der Welt überfordert. Mhm. Okay, dann haben wir hier nochmal so ein Ding. Aber da sehe ich auch nichts. Waldin, siehst du hier irgendwas? Nee, Waldin sieht auch nichts. Na gut, hier oben kann halt noch was sein. Hier sehen wir noch Gegner. Ähm, ja. Aber ich sehe ja jetzt auch schon mein Abendessen vor Augen. Also, bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.